Liebe Studierende von SC2, jetzt kommt das Thema generative Programmierung. Ganz spannend. Was machen wir heute? Wir schauen uns an zum einen Strukturgeneration, zum anderen Verhaltensgeneration. Strukturgeneration, da reden wir erstmal drüber, generative Programmierung. Was ist das? Und dann gucken wir uns an, wie setzt man Klassenrümpfe von UML um in C++? Und danach, wie kann man Abhängigkeiten, sprich die Assoziationen, die verschiedensten Geschmacksrichtungen von Assoziationen, wie kann man die tatsächlich real herstellen, wie kann man die realisieren? Bei Verhaltensgeneration gucken wir uns zwei Dinge an. Zum einen eine Umsetzung von State Machines mit dem Switch-Statement. Und die andere Variante ist die Verwendung des sogenannten State Patterns. Das Zustandsmuster, das ist das erste Entwurfsmuster, was Sie kennenlernen. Da wird es noch mehr geben, aber das kommt dann in den Bereich, wenn wir uns um Softwarearchitektur kümmern. Sie nehmen folgende Lernziele heute mit. Verstehen Sie bitte, was generative Programmierung ist. Verstehen Sie oder kennen Sie die Anwendung von Schablonen bei der Generation von Quellcode, wie das funktioniert. Dann sollten Sie in der Lage sein, UML-Klassendiagramme auf Klassenrümpfe abbilden zu können. Das ist auch die erste Aufgabe, die Sie in der Übung machen sollen. Insofern bin ich da positiv gestimmt, dass das am Ende passt. Und dann sollen Sie Zustandsmaschinen umsetzen können mit Switch-Konstrukten, mit Wächtern und mit Aktionen. Sie erinnern sich vielleicht dunkel. Da gab es so Events, Guard-Conditions und Actions. Irgendwie konnte man an den Übergängen, den Transitionen zwischen den Zuständen hinschreiben. So, und das State Pattern, damit schließen wir ab. Das ist das letzte, worum wir uns heute kümmern. Beginnen wir mit der Umsetzung von Klassenrümpfen. Wir müssen erstmal darüber reden, was generell ist denn das? Generative Programmierung. Also, kleines Bild. Es gibt einen Generator. Das ist für uns jetzt erstmal ein Gerät, das, sagen wir mal ein Programm, das kriegt irgendwas reingestopft und wirft irgendwas raus. Was kriegt das reingestopft? Das kriegt Eingabedaten reingetan. Und ein bisschen Konfiguration. Und raus tut es Code. Okay, also eine Maschine, Blackbox hier, ich gucke gar nicht rein, die Quelltext schreibt. Okay, nicht nur Quelltext im Sinne einer Programmiersprache, vielleicht ist es auch eine Konfigurationsdatei. Es kann alles möglich sein, es könnten auch Bilder und Videos sein. Sagen wir mal, ein generelles Produkt dieses Generators. Die Eingabedaten sind die Datenbasis, auf denen der Generator arbeitet. Die werden durch den Generator analysiert und darauf aufbauend werden die Ausgabedaten generiert. Und die Konfiguration steuert diesen Analyse- und Generationsprozess. Wenn Sie das an einen Compiler erinnert, liegen Sie nicht völlig falsch. Ein Beispiel für generative Programmierung ist auch zum Beispiel ein Compiler. Zum Beispiel, das hier ist ein Beispiel für einen Generator. Also wenn Sie C-Quellcode haben, dann stopfen Sie das in einen C-Compiler, Clang, GCC, was auch immer, und kriegen raus Maschinencode. Ein Beispiel für einen Generator. Anderes Beispiel, Sie haben ein UML-Klassendiagramm. Sie werfen einen Code-Generator an, zum Beispiel den von Visual Paradigm, und kriegen Java-Quellcode. Das ist auch eine Möglichkeit, oder irgendeinen anderen Quellcode. Das heißt, auch einen Java-Compiler. Java-Quellcode rein, ist ein Generator. Wirft raus, Java wird schon Machine-Byte-Code. Das ist halt der Code, der rauskommt. Assembler-Code, nehmen Sie nur Assembler als Generator, kommt raus, Maschinencode. Assembler ist ja so ein bisschen mehr als Maschinencode. Maschinencode sind dann nur wirklich so die Hex-Anweisungen. Assembler-Code kann zum Beispiel Sprung-Labels haben und sowas. Sie nehmen Maschinencode, werfen es in einen Disassembler, zum Beispiel Ida, und kriegen raus Assembler-Code. Okay, also die Rückwärtsrichtung, das Reverse-Engineering, kann man auch mit einem Generator machen. Im Disassembler zum Beispiel. Dann können Sie Java-Dock-Adentation nehmen und durch den Java-Dock-Compiler werfen und kriegen HTML raus. Das ist ein Dokumentations-Compiler. Bei C++ nehmen Sie Doxygen und kriegen HTML raus. Oder Sie nehmen beispielsweise eine Testspezifikation. Dann gibt es Tools für, zum Beispiel Focus MBT. Da stecken Sie eine Testspezifikation rein und kriegen raus konkrete Testfälle. Das sind alles Beispiele für Generatoren. Das heißt, Sie kennen das schon in jedem Fall. Das ist nichts Ungewöhnliches für Sie. Und es ist auch etwas, was wir Informatiker ständig als Werkzeug benutzen und auch selber entwickeln. Eine der wesentlichen Dinge, um Generatoren zu erzeugen und eine der wesentlichen Strategien, um Code zu generieren, ist die Verwendung von Templates. Und ich meine jetzt nicht Generic Programming oder C++ Templates im Sinne des Programmiersprachen-Features. Ich rede von Templates als Schablonen, also die Idee einer Vorlage, wo es Dinge gibt, die auszufüllen sind. Also Platzhalter, die mit Werten zum Beispiel gefüllt sind. Ich habe Ihnen hier auf der rechten Seite einfach mal ein Beispiel mitgebracht. Das Beispiel ist Java, das ist egal, und HTML. Java in rot, HTML in blau. Das ist ein typisches Ding. Das sind Java-Server-Pages. Das ist eine Variante, wie Sie HTML dynamisch generieren können. Das gibt es tausendmal. Also wir haben viele Frameworks, die in der Lage sind, HTML-Seiten rauszuhauen aus irgendeiner Programmiersprache. Und das ist jetzt JSP, gibt es öfters mal im Netz. Da ist es so, dass das HTML-Gerüst in blau definiert eine wiederverwendbare Struktur. Und das ist das Gerüst, was die Generation textueller Artefakte ermöglicht. Das heißt, so funktionieren Templates. Die haben also ein Gerüst und dann kann man das durch diesen Template-Generator durchspeisen. Dann werden diese Platzhalter, in dem Fall das rote hier, diese Steueranweisung, werden mit Werten gefüllt. Man kann genau sagen, sie sind parametrierbar. Man kann diese Platzhalter an Werte binden. Aber oft sind halt auch Steueranweisungen da. Wenn Sie mal nach rechts gucken, sehen Sie zum Beispiel, dass da eine Vorschleife auftaucht. Das heißt, das, was in dieser Vorschleife drinsteht, wie auch immer diese kryptischen Steuerzeichen jetzt zu deuten sind, aber dieser HTML-Block, also, Moment, dieser HTML-Block hier, der wird mehrmals aufgeführt. Und zwar n-mal wird der ausgeführt. Das heißt, man kann Schleifen nehmen und man kann auch so Dinge tun, wie Sie sehen ja hier, das I, ne? Diese Anweisung, das I. Es ist also möglich, da Variablen reinzusetzen. Das heißt, Sie können Werte aus programmiersprachlichen Objekten, zum Beispiel irgendwo aus dem Java-Objektbaum, der bei Ihnen im Speicher liegt, können Sie in eine Webseite reinschreiben, über diese Variante. Das klingt ja erstmal attraktiv, um HTML zu machen. Ist auch ein total pragmatisches und, wie gesagt, ganz oft benutztes Vorgehen. Das heißt, man hat diese Vorlage, dieses JSP, ja, diesen Mix aus zwei Sprachen. Das heißt, es sind auch zwei Syntaxen, ne? Muss man aufpassen. Das ist Java und HTML. Dann jagt man den durch einen Generator und dann kommt eben nur HTML raus. Das Java wird irgendwie ausgeführt, es wird eine Schleife gemacht, während es daraus gejagt wird. Es werden Werte reingeschrieben und so weiter und so fort. Üblicherweise wird natürlich eine Datenbank angefragt und diese Dinge. Es hat ein paar Nachteile. Also, erstmal gut benutzbar, pragmatischer Ansatz, funktioniert wunderbar, ist auch sehr schnell zum Beispiel. Nachteile. Sie mischen zwei Sprachen. Das heißt, Sie müssen überlegen, wie trennen Sie die Syntaxen. Und das machen Sie normalerweise über spezielle Steuerzeichen, in diesem Fall hier diese Prozentdinger, die Sie auf der rechten Seite im Code sehen. Und das ist jetzt nur so übersichtlich, weil ich Ihnen das eingefärbt habe. Das heißt, es wäre gut dafür, eine Idee zu haben, die das beherrscht. Weil ansonsten haben Sie wirklich Schwierigkeiten zu verstehen, welcher Teil des Codes zu welcher Sprache gehört. Das wird sehr schnell unübersichtlich. Und es ist auch sehr schwer zu debuggen. Wie wollen Sie das debuggen? Sie können das HTML am Ende sich angucken, aber Sie können nicht mit dem Debugger durchsteppen, weil irgendwie da liegt ja ein Generationsschritt, also so ein Generatorschritt dazwischen. Übrigens immer ein Problem, wenn Sie einen Generator einsetzen, der Debugger muss irgendwie diesen Generator kennen und der muss sozusagen diesen Schritt nachvollziehen können. Können die wenigsten Debugger bei solchen Sachen? Auch so eine einfache Frage. Die Whitespaces, Sie sehen, es gibt eine Eindrückung hier auf der rechten Seite. Die Vorschleife ist eingerückt, der Body der Vorschleife ist eingerückt. Das erwarten Sie, weil es ja eine Programmiersprache ist, weil es Ihnen hilft zu verstehen, wie die Sprache hier funktionieren soll. Aber zu welcher Sprache gehören denn die Whitespaces? Gehören die zum Beispiel die Whitespaces an der Stelle hier? Hier vor. Zu welcher Sprache gehören die? Gehören die zu Java oder gehören die eben zum HTML? Und das muss man sich eben fragen, das ist nicht so ganz einfach. Es gibt Sachen, die das ganz gut machen. In der Java bei zum Beispiel X-Text oder X-Tent. Das macht das relativ clever. Es ist jedenfalls relativ schwierig, Schablonencode zu schreiben, der sowohl als Code, also wie Sie hier sehen, gut aussieht, als auch als fertiges Produkt. Also letztendlich das HTML, was nach dem Generator rauskommt. Und dass beides noch okay ist und vernünftig eingerückt und so, das ist echt schwierig zu machen und teilweise auch unmöglich. Unten rechts sehen Sie noch diese Umsetzung auf dieses Generatorbild. Also unser Generator ist eben etwas, was Java-Objekte kriegt. Das sind die Werte für Ihre Platzhalter. Und außerdem diesen JSP-Code, den Sie die Java-Server-Pages, den Sie hier oben sehen, und dann eben HTML rausschmeißt, indem alles, was rot ist, quasi aufgelöst wird, ausgeführt wird und mit den Werten aus den übergebenen Objekten versehen wird. Also ein ganz üblicher Ansatz, auch straightforward, gibt es wie gesagt nicht nur in dieser JSP-Geschmacksrichtung, sondern es gibt ganz große Frameworks im Web-Umfeld völlig üblich, wenn Sie ein PDF generieren müssen, wenn Sie irgendwas machen müssen, dass Sie so arbeiten. Ich würde jetzt gerne, nachdem wir mal generell darüber geredet haben, wie macht man denn das? Oh ne, das ist jetzt ganz kurz gestrichen gewesen natürlich nur, würde ich generell mit Ihnen mal darüber reden wollen, wie UML-Klassenrund vorumgesetzt werden. Sie sehen hier auf der rechten Seite ein Klassendiagramm. Das werden Sie auch nochmal üben. Es gibt einen Arbeitsbogen zu dieser Veranstaltung. Direkt in Moodle, da sehen Sie ein Klassendiagramm, was Sie bitte mal in C++ umsetzen. Machen Sie das, fordere ich Sie auf. Bitte üben Sie das mal, bevor Sie dann tatsächlich eine Note dafür kriegen in der Abgabe. Also rechts sehen Sie ein Klassendiagramm, sehr einfach, zwei Klassen, Klasse Fu und Klasse Bar. Bar erbt von Fu, also Bar ist ein Fu. Fu definiert ein privates Attribut Wert, das ist ein Integer mit dem Wert 23 als Default-Wert. Dann gibt es Getter und Setter dafür, dann gibt es eine Protected-Methode Init und eine Public-Methode Start. Und diese Protected-Methode Init, die wird überschrieben von dieser Bar-Klasse. Und da sehen Sie noch eine kleine Anmerkung an der Seite. Start ruft Init auf, das heißt, wenn Sie Start aufrufen, wird irgendwie durch Fu Int gecallt. Normalerweise wäre Init jetzt noch abstrakt, dann ist es das sogenannte Template-Method-Pattern. Also die Basisklasse kommuniziert auch über dieses Protected-In schon, leite von mir ab und bitte implementiere diese Init-Methode, die brauche ich, um die Funktionalität zu erfüllen. Gut, links sehen Sie jetzt den C++, die C++-Umsetzung von diesem rechten Klassendiagramm. Wieder prinzipiell zwei Klassen, Class Fu, Class Bar. Okay, das Attribut hier, also Class Fu, das ist logisch, der Name steht da, ist ein Integer-Wert. Und Klassen, wenn dann kein Label steht, der die Sichtbarkeit, das die Sichtbarkeit angibt, ist es erstmal Private bei Klassen. Das heißt, es ist Private, ein Private-Integer-Wert mit dem Default-Wert 23. Das ist das, was auch hier rechts im Umend steht. Dann kommen die Getter und die Setter. Die Getter und die Setter haben Sie hier, habe ich sogar eine Implementierung reingeschrieben. Das heißt, da sehen Sie schon, das erste ist der Getter, der gibt einfach dieses Attribut zurück und der Setter, der beschreibt das halt. Ansonsten haben wir dann noch die virtuelle Methode init. Virtuell muss die ein C++ sein. Also init prinzipiell hier wird ja abgeleitet, also überschrieben in der Ableitung. Und dazu muss es virtuell sein. C++ setzt voraus, dass Sie dieses Schlüsselwort benutzen. Und an der Stelle habe ich sie auch abstract gemacht, ist also dieses Template-Method-Pattern. Ich habe gesagt, die hat jetzt hier erstmal, die muss überschrieben werden. Wenn Sie dieses gleich Null sehen, heißt das eine pure-virtual-Methode und sie muss überschrieben werden. Und das passiert auch bei bar. Also erstmal das Wichtigste bei der bar-Klasse ist, dass es von foo erbt. Das sieht man. Und dann wird hier das init überschreibt tatsächlich das virtuell pure-virtual-init aus der Basisklasse. Und dann haben wir noch die Startmethode in der Klasse foo, das ist die hier. Da wird dann tatsächlich das init aufgerufen. Und dann gibt es hier noch einen virtuellen Destruktor. Den brauchen Sie immer, ist einfach so, wenn Sie ableiten. Wenn Sie irgendwo Wortschirm benutzen, brauchen Sie virtuellen Destruktor. Sonst haben Sie unter Umständen Speicher-Lex über einen Vorgang, der heißt Slicing. Will ich gar nicht drauf eingehen. Merken Sie, können Sie gerne nachlesen. Gibt es bestimmt ganz viel im Netz drüber. Prinzipiell merken Sie sich einfach, Sie brauchen einen virtuellen Destruktor, sobald Sie was mit Ableitung, mit Virtual quasi machen. Okay. So. Das ist eine 1 zu 1 Umsetzung. Man sieht das ganz schön an den Attributen. Die finden sich auf der anderen Seite so wieder mit Typisierung, mit Sichtbarkeit, mit den Vorgabewerten und so. Keter, Zeta ist alles eigentlich relativ straight forward. Und auch diese Ableitung mit dieser init-Methode. Ja, die Sichtbarkeiten sind über diese normalen Labels gegeben in C++. Ist eigentlich eine direkte Umsetzung. Man muss das UML halt lesen können dazu. Und man muss genug von C++ wissen, aber dann ist es ganz geradlinig. So sieht eine Umsetzung von einem Klassenrumpf aus. Jetzt können wir uns um Assoziationen kümmern. Einfache Assoziationen. Das heißt, ich habe hier eine Assoziation zwischen den Klassen A und B. Und zwar eine bidirektionale. Das heißt, ich kann von A nach B gehen und ich kann von B nach A gehen. Oder A kennt B und B kennt A. Das ist nicht nur gerichtet. Das ist der plain vanilla, der einfachste normale Fall für eine Assoziation. Es ist eine, das sehen Sie nicht, aber da steht 1 und 1 als Multiplizität. Also das ist eine 1 zu 1 Assoziation. Ein Objekt der Klasse A kennt genau ein Objekt der Klasse B. Oder jeweils ein Objekt der Klasse A kennt ein Objekt der Klasse B. Das können wir jetzt so umsetzen, dass wir, und das entspricht auch der Definition in der UML, dass wir das schlichtweg als ein Attribut vorsehen. Wenn Sie sich also hier mal die Implementierung der Klasse A angucken, dort, sehen Sie, dass da in diesem Fall Public, okay, das habe ich jetzt als Public Attribut gemacht, ist einfach, um es einfacher an dieser Stelle zu machen, um es zu setzen zu können. Man kann es genauso private machen, würde man wahrscheinlich auch tun, bräuchte dann wieder Getter und Setter und so. Wie auch immer, akzeptieren Sie jetzt, dass Public ist, ansonsten würde ich Ihnen nicht raten, Attribute Public zu machen. An dieser Stelle machen wir es einfach zu Demonstrationszwecken. Sie sehen hier, es gibt ein B, und zwar ein B-Stern, und das benenne ich klein B. Warum benenne ich es klein B? Weil, sehen Sie hier, weil der Rollenname so ist. Dieses mit dem Stern, das brauchen Sie, weil das hier eine zyklische Abhängigkeit zwischen zwei Klassen ist. Da habe ich tatsächlich ein eigenes Video dazu, das können Sie sich gerne angucken. Zyklische Abhängigkeiten zwischen Klassen ist, glaube ich, bei der Aufgabe mit drin. Gucken Sie sich das mal an, da wird das Beispiel hier wieder aufgegriffen. Da erklärt sich auch, wenn es Public ist. So, die Klasse B macht es genauso. Die hat ebenfalls ein Attribut, wo sie A kennt, mit dem Namen klein a, ist eben auch ein Pointer, damit man es halt später setzen kann. Reden wir auch noch gleich drüber. Okay, also, die Umsetzungen sind einfach über Attribute. Klein B ist ein Member von A und Klein A ist ein Member von B. So, ist auch relativ einfach, vielleicht ein bisschen viele A und Bs hier, aber ist naheliegend, dass das so gelöst wird. Ist tatsächlich auch, was die UML macht. Die UML unterscheidet im Kern, unterscheidet sie nicht zwischen einer einfachen Assoziation und einem Attribut. Das ist genau das Gleiche. Bloß bei der Assoziation haben sie sich entschieden, das im Diagramm zu zeigen, dass diese Beziehung existiert, während das einfache Attribut geht nur aus der Beschreibung des Attributs in der Klasse vor. Das ist also nicht so präsent. Und ehrlich gesagt, wenn man jedes Integer-Attribut, was man in der Klasse hätte, durch eine Assoziation zu der Klasse Integer darstellen würde, würde das Diagramm völlig überfrachtet werden. Aber es ist genau das Gleiche. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber an der Stelle ist es so. Assoziation und Attribut, das gleiche Ding. Kommen wir zur Navigierbarkeit. Nicht jede Assoziation ist bidirektional. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, hier dieses Beispiel, dass C das D kennt, aber D nicht das C. Die Lösung dabei ist sehr einfach. In diesem Fall habe ich das ein bisschen anders gemacht. Also die Klasse D kennt ja keinen. Insofern hat sie einfach keinerlei Attribute, die auf die Klasse C schließen können. Das heißt, so stellen wir sicher, dass es keine Navigierbarkeit gibt. In der Klasse C benutze ich eine Referenz auf D. Ja, das kann ich hier an dieser Stelle machen, weil hier stehen immer noch die Einzelnen. Hier stehen so kleine Einzelnen drunter. Sehen Sie jetzt. Das heißt, C kennt immer ein D. Und das mache ich hier mit der Referenz. Referenzen zu Referenzen und Pointer ist der Unterschied. Pointer können null werden, können also nicht gesetzt sein. Die muss man vorher prüfen, ob sie gesetzt sind, weil man sonst einen Null-Pointer-Exception kriegt. Ein beliebter Programmierfehler. Das ist bei Referenzen nicht der Fall. Referenzen sind immer gesetzt. Das heißt, die müssen im Konstruktor zum Beispiel gesetzt werden. Und das ist die Idee, dass man in der Klasse C übergibt man einfach beim Start direkt ein D. Und dann haben wir das schöne, diese schöne Eigenschaft, dass das kleine D ist immer verfügbar. Es gibt Gründe, warum man das vielleicht auch mit einem Pointer machen will. Problem, wie gesagt, ist einfach, wenn es über einen Pointer gehen würde. Der könnte ja null sein. Und wenn man dann darauf zugreifen will, könnte es nicht da sein. Und das sind Fehlerfälle, die muss man durchdenken. Das heißt, man muss das Programm so aufbauen, dass es nicht passieren kann. Beziehungsweise man muss sie abfragen und dann geeignete Maßnahmen treffen, dass das nicht passiert. Besser ist es immer so zu programmieren, dass es einfach nicht passieren kann. In diesem Fall, also als Beispiel mal Referenz, das klappt nicht an jeder Stelle. Klappt vor allen Dingen nicht, wenn zum Beispiel die Multiplizität 0 bis 1 wäre, also optional an der Stelle von D. Dann würde es gar nicht gehen, weil man kann ja nicht nallen. Gut, also Navigierbarkeit, prinzipiell die Aussage ist, Navigierbarkeit löst man darüber, dass man einfach das Attribut da nicht einbaut, woher man nicht navigieren kann. Multiplizitäten. Da können wir in C++ eigentlich drei Fälle unterscheiden. Wir haben den Fall, wo ein Stern mitspielt, sprich mehrere. Wir haben den Fall, wo es optional ist, 0 bis 1. Und wir haben den Fall, den wir eben gesehen haben. Den haben wir gerade besprochen, wo es direkt 1 ist und man tatsächlich, es darf nicht bidirektional sein. Aber da kann man Referenz verwenden. Hier die beiden anderen Fälle, 0 bis 1. Das heißt, diese Stelle hier, die ist hier dargestellt. Das ist ein normaler Pointer. Den kann man dann halt auch für 1 benutzen. Problem ist, der kann 0 werden. Das ist aber genau das Feature quasi, was wir hier wollen. Es soll ja optional sein. Und da der Genall gesetzt werden kann, ist das genau das, was wir brauchen. Einen optionalen Wert. Das heißt, klein e ist hier entweder gesetzt oder es ist nicht gesetzt. Okay. Jetzt dieses mit dem 0 bis Stern ist ein bisschen schwieriger. Das lösen wir über irgendeine Form von Datenstruktur. Ich habe jetzt hier meinen Vektor genommen, weil ich gerne vielleicht eine Ordnung haben würde. Das heißt, ich kenne viele Fs und ich will, dass die in einer Ordnung sind. Zum Beispiel hinzugefügt, Ordnung der Hinzugefügtheit oder vielleicht haben die auch eine Größe oder irgendwas. Das heißt, ich nehme Vektor. Vektor ist sortiert, ist geordnet. Ich könnte auch zum Beispiel, mache ich auch gerne ein Set nehmen. Ein Set ist eine Datenstruktur, die über keine Ordnung verfügt. Es ist einfach nur ein Sack Dinge, eine Menge, wo man Sachen reinhaut. Und da kann man dann rüber gehen und sich alle Elemente angucken. Aber es ist nicht garantiert, dass es eine Ordnung gibt. Also in diesem Fall ein Vektor, das ist der Standard Template Diabry, der ist getypt auf F-Stern. Wir müssen wieder über Pointer gehen, sonst haben wir ein Problem, weil Polymorphie nicht unterstützt wird. Okay, also wir müssen an der Stelle über Pointer gehen, so ist es einfach. Und hier kann ich eine beliebige Menge Fs referenzieren. Und das ist das, was hier steht. 0 bis Stern F kennt das E. Also hat das E ein Attribut, klein f. Hier oben und so. Das eine beliebige Menge Fs unterstützt. Und das mache ich, indem ich dort einfach eine Datenstruktur verwende. Eine Collection-Klasse. Okay, Multiplizitäten ist, glaube ich, jetzt klar eine Umsetzung. Was C++ jetzt kann, was Java beispielsweise nicht kann, weil Java Pointer Semantics hat. Java kennt nur Pointer. C++ kann Komposition ausdrücken. Erinnern Sie sich, Komposition ist die Lebenszeiterbhängigkeit. Also in dem Diagramm hier, die zwei Klassen G und H, da ist es so, es sterben die Objekte H, die an G hängen, wenn G stirbt. Das heißt, die Lebenszeit der H-Instanzen ist abhängig von der Lebenszeit der zugeordneten G-Instanz. Okay, und das kann C++. Nämlich, indem man einfach nicht mit Pointern arbeitet, sondern an der Stelle hier, zum Beispiel ein Vektor, man könnte wieder ein Z oder irgendwas nehmen, direkt von Hs hat. Das heißt, der Speicher in diesem Vektor für die einzelnen Hs, der liegt in dem Bereich von G, in dem Speicherbereich, den die Instanz von G belegt. Das heißt, wenn die G weggeräumt wird, also eine Instanz von G, wird auch dieser Vektor weggeräumt und alles, was dieser Vektor speichert. Wenn das nur Pointer sind, wie in dem Beispiel vorher, sind die anderen Objekte noch vorhanden. Natürlich, es wurde ja nur ein Pointer weggeräumt. Hier ist direkt das Objekt dort angelegt, das heißt, wirklich die Daten und es wird auch wirklich weggeräumt. Andersherum, das ist ja tatsächlich hier bidirektional, sieht man vielleicht gar nicht, aber die Komposition hat keine Richtung. Das heißt, H kennt auch G, kann man hier beispielsweise wieder über eine Referenz arbeiten. Also, weil es 1 ist auf der anderen Seite. Gut, also Komposition in C++ ist schlichtweg, wenn Sie keinen Pointer benutzen, sondern das Objekt direkt dort anlegen. In dieser anderen Klasse, wo es benutzt wird. G ist dafür wirklich dann verantwortlich für die Hs. Ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Das ist jetzt prinzipiell die Umsetzung von Klassenrumpfen und von Assoziationen. Und das ist aber eine reine programmiersprachliche Umsetzung. Jetzt ist ja die Frage, ich habe Ihnen jetzt zwar gezeigt, wie die Attribute da jetzt aussehen, aber wie stellen Sie denn überhaupt die Abhängigkeit zwischen den As und Bs und den Gs und den Hs her zur Laufzeit? Also irgendwann müssen Sie ja New sagen oder das Objekt irgendwie erzeugen. Und dann ist die Frage, wie kennt das G denn jetzt das H? Beim G und H ist es einfach, weil wenn G gemacht wird, dann sind da halt auch Hs drin. Aber bei A und B ist das zum Beispiel nicht klar. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen, ist, wie geht das? Kommen wir damit zum Setzen der Abhängigkeiten zwischen den Objekten zur Laufzeit? Und es gibt da mehrere Varianten. Variante 1, Objekte sind selber zuständig. Sehen Sie hier, Sie haben hier zwei Klassen. J und I, jeweils mit einer anonymen Ausprägung. J besitzt eine Methode PrintMessage. Und J bedient sich einer Instanz von I, die es selber erzeugt. Das heißt, es kann auf I zugreifen. Da ruft es GetMessage auf. Und GetMessage gibt ein String zurück, den I gespeichert hat in diesem privaten Message-Attribut. Und dieser Wert wird beim Konstruktor gesetzt. Okay. Das heißt, dann gucken wir uns doch mal hier unten das Sequenzdiagramm an. Das Sequenzdiagramm, da sieht man ein Main. Das Main erzeugt ein J. Und diese Stelle erzeugt ein J. Jetzt erzeugt das J selber. Es ist selber zuständig. Es erzeugt ein I und übergibt ihm Hello World. Okay. Das I behält diesen Wert. Und dann kommt irgendwann mal Main an und sagt, bitte J, drucke die Nachricht. J geht zu I, sagt, was war denn nochmal ein String? I sagt, es ist Hello World. J druckt das auf die Konsole und sagt dann, naja, fertig, zu Main. Ist jetzt ein Spielbeispiel. Also man fragt sich, warum müsste das so sein? Das hat keinen Sinn. Es gibt aber diese Art von Aufteilung durchaus sehr oft in produktiven Systemen. Also die Tatsache, dass J für das I komplett zuständig ist und auch die Daten, die das I verwaltet, selber verwaltet und auch den kompletten Umgang mit I hat. Die ist erstmal auf der einen Seite gut, weil die Erzeugung gekapselt ist. Das Main kennt überhaupt kein I. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal Ihr System umschreiben oder so, Sie müssen sich nie Gedanken machen über das I, weil das ist in dem J. Nur wenn Sie J umschreiben, da müssen Sie auch ans I denken. Aber ansonsten ist es für Sie uninteressant. Es ist schön weggekapselt. Das heißt, Sie haben Abhängigkeiten reduziert. Das ist eine gute Idee. Die andere Sache ist aber, es ist nicht flexibel. Das J nimmt immer zum Beispiel den gleichen Daten, um I zu initialisieren. Das wollen wir eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir das ein bisschen flexibler machen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist das, was wir eben hatten. Diese Aufteilung, die heißt jetzt K und I, das ist kein J mehr, sondern die Klasse hier heißt jetzt K. Diese Klasse kriegt ein I übergeben. Das heißt, die ist nicht mehr selber zuständig, sondern die kriegt es einfach im Konstruktor übergeben. Das heißt, die Abhängigkeit nach I wird hier von außen reingereicht, durch Main. Das heißt, wenn wir uns das hier mal angucken, an dieser Stelle, dann haben wir das Main, was das I erzeugt. Ein I, I ist eine Instanz und das Hello World übergibt. Das heißt, an dieser Stelle haben wir jetzt eine Objektparametrierung von außen. Die ist eben jetzt möglich, das ist ein positiver Faktor. Und dann erzeugt das Main danach das K und übergibt dem K an der Stelle das I. Ein I wird dem K übergeben. Das heißt, das K hat jetzt in der Hand wieder diese Nachricht. Und jetzt passiert das Gleiche. Von Main nach K wird Print Message gesagt. K geht zu dem I hin, holt sich die Message, das Hello World kommt zum K zurück. K dumpt das auf der Konsole zum Beispiel und return zum Main. Das heißt, es ist genau das Gleiche, was vorher passiert ist. Der Unterschied ist jetzt, dass die Klasse, die die Print Message ausführt, war nicht selbstständig dafür zuständig, diese Werte zu schreiben, sondern das wurde von außen reingereicht. Wie gesagt, ist super, weil jetzt ist es immer noch irgendwie gekapselt, aber ist parametrierbar. Großer Nachteil ist jetzt, was ist denn, wenn I auch noch K kennen muss? Das heißt, wir haben jetzt plötzlich einen Konstruktor von K, der einen I kriegt und einen Konstruktor von I, der einen K kriegt. Und das geht nicht, weil eins davon muss ja zuerst erzeugt werden. Und zur Erzeugung müssen Sie den Konstruktor mit Werten versehen. Und haut nicht hin. Das heißt, Übergabe im Konstruktor ist nicht möglich, weil die zyklisch abhängig sind. Ah, ich höre ein Thema, zyklische Abhängigkeit. Das tocht noch an anderer Stelle auf, ist immer nicht gut, zyklische Abhängigkeit. Wie lösen wir das? Die Lösung ist ziemlich einfach. Man nennt es Dependency Injection im Allgemeinen. Ist aber, kann es auch Two-Step-Init nennen oder so, ist völlig egal. Man trennt die Konstruktion des Objekts von der Zuweisung von Werten. Also, wir haben zwei Klassen, L und M, die prinzipiell wieder genau die gleichen Sachen machen wie vorher. Bloß beide haben jetzt einen Setter. Und zwar auf der einen Seite haben wir beim L ein Set M und beim M haben wir ein Set L. Das heißt, man kann jeweils der anderen Klasse eine Instanz von sich übergeben. Oder Main kann eben die Instanzen gegenseitig übergeben. Und dann speichern die die in Attributen, beziehungsweise, das ist ja das Gleiche wie Attribute in der Implementierung dann. Also, das ermöglicht sozusagen, diese Assoziation herzustellen. Und ansonsten ist es exakt das Gleiche wie vorher. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr eingeführt. Also, L hat jetzt noch ein GetName als Methode hier. Und das ist es prinzipiell. Ich habe, ich brauche dieses GetName, weil das M soll nochmal bei L nachfragen. Wir brauchen ja jetzt irgendeine Motivation für so eine bidirektionale Abhängigkeit. So, jetzt gucken Sie doch mal hier unten. Main erstellt ein L und gibt ihm nur den Stringword. Das heißt, L kennt Word. Und danach erstellt Main das M und übergibt ihm den Stringhello. Und dann kommt diese Geschichte mit der Dependency Injection. Es wird jetzt also auf dem L das M übergeben. Also, an dieser Stelle hier oben, da drüber, über diesem Strich, ist die Konstruktion geschehen. Das heißt, beide Objekte sind jetzt da. Danach, zwischen dem Strich und dem nächsten, geschieht diese Dependency Injection. Hier passiert nichts anderes, als über diese beiden Setter, über diese beiden Setter, Entschuldigung, so, über diese beiden Setter, die Abhängigkeiten auszutauschen. Also, jeweils die andere Instanz bekannt zu machen. Okay, also, erste Stufe Konstruktion. Das war hier oben. Zweite Stufe, Dependency Injection, war hier. Und jetzt kommt dieses ganz normale Print Message, ist jetzt, hat jetzt einen Twist sozusagen, nämlich, dass zurückgefragt wird, weil wir sonst bräuchten ja keine zyklische Abhängigkeit. Es läuft also ein Print Message vom Main zum L. Das L fragt mit Get Message beim M zurück. Das M daraufhin fragt mit Get Name beim L zurück. Da ist die zyklische Abhängigkeit. Das L gibt World. Das M packt das mit Hello zusammen, gibt Hello World an das L. Das L printet das auf die Konsole und alles zusammen Return zum Main. Mein Gott. Also, kompliziert ist aber tatsächlich was passiert. Das erlaubt die direktionale Assoziation. Okay, super. Aber, sie haben ein Problem, nämlich sogenannte inkonsistente Zustände während der Dependency Injection. Der Punkt ist, dass erst muss die Konstruktion stattfinden und dann die Dependency Injection und erst wenn diese beiden Sachen abgeschlossen sind, dann darf überhaupt das Ding benutzt werden. erst dann sind diese Objekte konsistent, weil sie ja vorher das andere Objekt nicht kennen. Also, sehen Sie mal hier zum Beispiel, wenn nur das M dem L übergeben wird, aber dieser Teil hier ausgefallen ist, also diese Übergabe von dem L auf das M, der hat nicht stattgefunden. Dann wird in dem späteren Print Message, Get Message und dann will er Get Name sagen und das kann er nicht, weil er kein L kennt. Das M kennt ja kein L. Also, diese Stelle hier, die schlägt fehl. Und das heißt also, dass man ganz genau aufpassen muss, wann man diese Objekte benutzt. Da denken Sie jetzt vielleicht, ist gar kein Problem. Kann schwierig sein, wenn die Multithreading haben, weil sie dann, dann ist nicht mehr klar, wer wen jetzt hier eigentlich aufruft. Also, es gibt da subtile Möglichkeiten, dass die volle Kanne gegen die Mauer fahren und ihr habt die mehr als einmal schon gehabt. Gibt es eigentlich, ja, gibt es verschiedene Lösungen für, es wird immer kompliziert, man kann Proxys nehmen, Objekte, die erstmal so aussehen, als wären sie da, aber sich hinterher erst mit Werten füllen. Ähm, ja. Es gibt nicht eine richtig gute Lösung. Die beste ist tatsächlich, das Programm in ganz klare Phasen zu trennen, die Konstruktionsphase, die Phase der Dependency Injection und dann erst loszumarschieren. Üblicherweise machen das sogenannte Dependency Injection Frameworks, wie Juice zum Beispiel von Google, ähm, oder irgendwie im Spring Framework, ähm, das wird eigentlich von außen gemacht. Da gibt man Konfigurationsdatei und sagt, ich brauche jetzt hier Objekte, bitte stell mir die mit diesen Werten in den Konstrukt dann her und verbinde die so miteinander. Und dann läuft das Framework einmal durch, stellt sicher, dass in dem Moment keiner aufruft und zurückkommt, ich sag mal, ein Objektgraf, also miteinander verbundene Objekte, äh, die initialisiert sind. Eine Anmerkung hier noch, das schließt jetzt den Teil ab, äh, zu Klassenrümpfen und Assoziationen. Ähm, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Es gibt noch so ein paar Feinheiten, die kann man sich dann auch so ein bisschen denken. Äh, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich würde als nächstes gerne übergehen, dann zu, äh, den Zustandsmaschinen. Hier jetzt, äh, Umsetzung von Zustandsmaschinen in Quellcode. Ähm, ich fange dann als erstes mit das ist einfach an mit einer einfachen, ähm, ähm, Final-State-Maschine. Äh, einer normalen Zustandsmaschine. Die besteht aus drei Zuständen, ähm, ähm, Idle, Playing und Pausing. Ähm, also es soll ein Spiel sein, was eben noch nicht angefangen hat. Dann ist es Idle, dann, äh, dann, äh, 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 es ist einfach so, es tut nichts. Es nennt man Idle im Englischen und, äh, 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 Foul sozusagen. Und, äh, Playing ist dann der Zustand, wo tatsächlich was passiert. Und Pausing ist der Zustand, wo das Spiel sich in Pause befindet. Okay, also das sind die drei Zustände. Äh, äh, es fängt mit dem, äh, äh, mit dem, äh, initialen Zustand, äh, äh, Idle an, wie in diesem Modell zu sehen. Und, äh, außerdem haben wir noch vier Nachrichten, Events, wenn Sie sich erinnern, die Zustandsübergänge verursachen. Ja, also, wir haben den Zustandsübergang von Idle zu Playing, an dieser Stelle. Äh, der wird durch ein Event Start verursacht. Dann haben wir den, den Zustandsübergang von Playing nach Idle. Das kann durch, äh, die Events Victory und, ähm, Lost passieren. Ja, also, wenn man entweder gewonnen oder verloren hat, geht der nach Idle. Und der Zustand von Playing nach Pause passiert über einen Event Pause. Und genauso geht es auch rückwärts. Wenn man dann Pause wieder aktiviert, geht der von Pausing nach Playing. Gut, das sind also insgesamt vier Nachrichten. Start, Pause und Victory und Lost. Und diese drei States und vier Nachrichten sind unser Beispiel, an denen ich Ihnen die Umsetzung in Code zeige. Das ist eine Sache, die ich schon oft in meinem Leben gebraucht habe. Also, dass man einfach mal eine State Machine nimmt, um einen bestimmten Teil seiner Software zu kodieren, ist nicht selten. Das ist was, was Sie wirklich gut brauchen können. Merken Sie sich das? Ähm, ich bin ganz sicher, das wird nochmal, äh, für Sie relevant. Die übliche Umsetzung, die einfachste Umsetzung, sind, äh, Switch-Ausdrücke. Sprich, Switch-Case-Statements. Ich zeige jetzt auf drei Folien, wie das, äh, in Code aussieht. Äh, hier rechts sehen Sie immer die, ähm, die State Machine. Und, ähm, ich zeige Ihnen jetzt, wie das in C++-Klassen aussieht. Also, das Erste, was wir tun, ist, ähm, dass wir sowohl die States, als auch die Events, als, ähm, ähm, Enumerations darstellen. Na, ich möchte gerne mit den Symbolen, äh, umgehen können. Also, mit Start, Pause, Victory and Lost. Und mit Idle Playing und Pausing als Zustände. Da, die möchte ich gerne symbolisch bearbeiten können. Ich habe jetzt hier so Integer-Konstanten herangeschrieben, damit, ähm, hinterher, wenn man das ausführt, damit das klar ist. Also, bei der Ausführung ist das Problem, die Literale, also zum Beispiel Start, von dem Enum Event, das Start-Literale, dieses Symbol kann man in C++ nicht rausdrucken. Es gibt keine Möglichkeit, Printf zu sagen, dann kommt da ein Integer-Wert raus, weil C++ intern als Integer betrachtet. Das geht in Java einfacher zum Beispiel. Äh, deshalb habe ich diese merkwürdigen 1, 23 und 24, diese, ähm, äh, Integer-Werte dazugewiesen, damit man sieht, dass da was Besonderes passiert. Hat sonst kein, äh, es ist nur, nur didaktisch, hat keinen besonderen Hintergrund-Funktional. Dann gibt es die Klasse State Machine. Wie, dieses Gerät. Äh, die Klasse State Machine hat erstmal ein Current State, den derzeitigen Zustand. Äh, der fängt an mit Idle, wie das an der Stelle auch vorgegeben wird. Und außerdem hat es, ähm, einen Getter, dieser dort, der, ähm, uns den, den derzeitigen Zustand verrät. Der macht nichts anderes, als, äh, sieht man hier unten, als diese Variable Current State zurückzugeben. Und, ähm, die hat eine Methode, die heißt Trigger, das ist diese dort, der, wo man ein Event und noch nur einen an die State Machine geben kann. Das heißt, Sie erinnern sich vielleicht, eine Zustandsmaschine wird, ähm, durch Events getriggert. Das ist ein reaktives System. Man schmeißt jede Menge Events drauf und dann, äh, wackelt, sag ich immer, wackelt die State Machine und macht irgendwas. Und dieses Trigger, das ist eben das Reinreichen des Events an die State Machine. Dann macht die irgendwas und wenn das Trigger zurückkommt, ist sie abgeschlossen, dann ist sie, verbraucht sie keine CPU, dann liegt sie dormant, sagt man, dann sieht sie schlafend da und tut nichts. Das heißt, wir kodieren jetzt, äh, dieses Modell einer, einer Zustandsmaschine, das wir hier haben, in den Code rein und es ist, vor allen Dingen geht es darum, was Trigger macht. Hier ist die Trigger-Methode, äh, die besteht aus einem Switch-Statement. Und das Switch-Statement, das, also, die Methode kriegt ein Event, E, reingereicht, erinnern Sie sich, ist ein Enum, das heißt, da ist irgendein Symbol drin, was da jetzt passiert, zum Beispiel Victory oder so. Und jetzt machen wir ein Switch, das heißt, wir, unser Code wird abhängig davon, in welchem Zustand wir uns befinden, andere Sachen tun. Der Current State, also Idle, Playing oder Pausing, der, ähm, wird jetzt bearbeitet, das heißt, wir gucken uns an, es gibt ein Case Idle, ein Case Playing und ein Case Pausing. das Switch geht also über diese drei Stücke. Oft hat man auch noch ein Default, falls mal ein Fehler passiert ist oder so. Das ist jedenfalls die Unterscheidung, die jetzt mit dem Switch-Statement getroffen wird. Fangen wir mit Idle an. Was kann denn in Idle passieren? Naja, wir müssen uns jetzt vorrangig um die ausgehenden Kanten kümmern. Sie erinnern sich, ausgehende Kanten ist dieses Ding hier. Das heißt, von Idle nach Start, also Pfeile, die aus einem Zustand rausführen. Für den Zustand Playing beispielsweise, wären die ausgehenden Kanten der und der. Für den Zustand Pausing ist die ausgehende Kante der. Okay, also, im Idle fragen wir, ist das Event Start? Weil die einzig ausgehende Kante vom Idle State, die triggert auf Start. Also, die wird geschaltet, wenn das Start Event kommt. Das heißt, an dieser Stelle, hier, wenn das Event Start ist, dann ändert sich der Zustand. Sieht man ja, Idle geht über zu Playing. Das heißt, wenn der Event Start ist, ist der Current State Playing. Das war's. Break. In Idle kann nichts anderes passieren. Wir kriegen die Nachricht Start und dann sind wir bei Playing. So, das ist ein bisschen komplexer hier bei Playing. Da mache ich wieder ein Switch Statement, weil ich nicht nur eins abfrage, sondern nein, nein. Playing, da kann sowohl Pause passieren, als auch Victory, als auch Lost. Also, Pause, Victory, Lost. Haben wir hier. Pause, Victory, Lost. Werden eben jeweils abgefragt und dann wird an der Stelle der State gewechselt. Also, wenn Pause eintrifft als Event, ist Current State Pausing, sicher. Wenn Victory eintrifft oder Lost, und da an dieser Stelle benutze ich ein Feature von C++, was ein bisschen verwirrend ist, wenn ich das Break nicht reinschreibe, dann werden alle weiteren Case Labels bis zum nächsten Break mit abgearbeitet. Liegt daran, dass Case wirklich nur Sprung Label sind. Das heißt, hier habe ich einen Break. Da ist es. Das heißt, das Pause, das war's und dann passiert nichts mehr. Beim Victory, da springt er zum Victory hin, springt zum Lost hin und führt dann das Current State Idle aus und endet bei diesem Break. Beim Lost führt er auch Current State Idle aus und endet bei diesem Break. Liegt daran, dass Sie sehen es ja hier, dass beide von diesen Events zu dem gleichen Ergebnis führen, nämlich, dass wir wieder bei Idle sind an dieser Stelle. Ich habe da ein Kommentar hingeschrieben, Fall Through Intentional. Das sollte man auch immer tun, weil sonst denkt jemand, da hat man einen Break vergessen. Dieses Kommentar heißt, hey, ich habe hier keinen Break vergessen, das habe ich mir so gedacht. It's a Feature, not a Bug. Okay. Im Default-Fall mach nichts. Ist auch irgendwie klar, wenn wir jetzt Start kriegen, zum Beispiel, im Playing, dann machen wir nichts, weil das reagieren wir nicht drauf. Genauso wie Idle auch auf nichts anderes reagiert, außer eben auf Start. Was macht jetzt Pausing? Naja, ist auch relativ klar, Pausing kann nur auf Pause zu Playing gehen. Und das sehen Sie hier, if der Event, wenn der Event Pause ist, dann bitte geh zu Playing. So, und das ist es. Das ist Ihre State Machine, kodiert in der Trigger-Methode. Sie haben also Cases, Sie machen ein großes Switch-Statement, in den Switch-Statements einzelne Case-Statements und die verarbeiten sozusagen ihre States und in den States wird auf die Events geprüft. Sie können es auch andersrum aufziehen, Sie können auch sagen, wir haben Switch über die Events und dann machen die die States drin, geht beides, ich finde es besser mit den States, ist besser lesbar. Wenn man jetzt das tatsächlich benutzen will, also tatsächlich ausführen will, dann ist hier mal Main angegeben, was das macht. Was machen wir da? Also, wir machen als erstes, holen wir uns eine State Machine in der Variable SM. Okay, warum nicht? Dann haben wir einen sogenannten Trace. Ein Trace. Ein Trace ist eine Sequenz von Events und es nennt sich ja Trace, man kann die halt auf eine State Machine drauf spielen sozusagen, also ihr eins nach dem anderen übergeben und damit im Englischen exercised man die, also man beginnt sie zu bewegen, sie macht sozusagen Dinge und dann hat man irgendein Verhalten am Ende von diesem Trace. So ist die Terminologie, ist halt so. Also, ich gebe einfach ein paar Events vor, habe ich eben in diesem Trace-Feld, das ich statisch initialisiere, und zwar sind die Reihenfolge der Events, erst kommt Start, dann kommt Pause, dann kommt nochmal Pause, dann kommt Victory, dann kommt wieder Start, dann kommt Lost. Ja, und jetzt wollen wir sehen, ob unsere State Machine in der Lage ist, eben das tatsächlich korrekt abzuwilden, indem sie die richtigen States weiterschaltet. Und das mache ich relativ einfach. An der Stelle gebe ich einfach für jeden Event aus dem Trace, den gebe ich weiter über die Trigger-Methode an die State Machine und vorher drucke ich den Current State aus. Also, SM Current State wird rausgeschrieben, bevor das Trigger kommt. Und dann mache ich das noch einmal am Ende, am Ende kommt es auch noch einmal, damit ich weiß, in welchem Zustand ich ende. Und was dabei rauskommt, das ist dieses hier. Das heißt, erinnern Sie sich bitte an dieses 1, 23, 24, das waren meine Integer-Werte für diese Symbole, damit wir wissen, was da passiert. Also, wenn ich dieses Main abfeuere, einfach starte, kriege ich diese Antwort, 1, das heißt, er ist im State Idle, 23, das ist nach dem ersten Start, er ist bei Playing, 24, das ist nach dem ersten Start, 24, das ist nach dem ersten Pause, er ist also bei Pausing, dann bin ich wieder bei 23, also bei Playing, weil ich noch einmal Pause gedrückt habe, dann bin ich bei 1, weil Victory gekommen ist, dann bin ich bei 23, weil Start gekommen ist, also ich bin jetzt wieder im Playing, und dann bin ich wieder bei 1, weil Lost gekommen ist. Das heißt, was Sie sehen, ist, die sind korrekt, die Zustände wechseln sich aufgrund der Events, die ich über das Trigger an die State Machine reiche. Das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel, nur mit Events, ist aber so schon äußerst brauchbar. Wie sieht das jetzt aus? Es gibt ja neben Events, gibt es ja auch noch Guard Conditions und Actions, Sie erinnern sich, Guard Conditions waren dieses in eckigen Klammern, wo man eine bulsche, eine bulsche Bedingung hier hat, unter der dieser Übergang überhaupt stattfindet. Also ich mache das jetzt nicht mehr an dieser Spiel-State Machine, sondern ich zeige Ihnen exemplarisch, wie sieht das aus. Wir haben zwei Zustände, A und B, und unter dem Event Foo wechselt der Zustand der State Machine von A nach B, aber gleichzeitig muss die Wächterbedingung A ist kleiner Null erfüllt sein. Klein A, Klein A ist eine Variable im Kontext. Wenn Sie sich dunkel vielleicht an das hier einzuändern, ich habe immer von diesem Kontext geredet, wo ich sagte, dass die Werte, die in den Wächterbedingungen ausgeüberprüft werden, die sind im Kontext. Der Kontext, der ist schlichtweg nichts anderes, als das sind die Attribute der State Machine. Das ist der Kontext. Also der Kontext ist der Current State und wir schreiben da einfach ein Integer Klein A rein. Ja, hey, wir haben eine Variable. Die können wir jetzt in den Wächterbedingungen verwenden. Und was heißt denn das, eine Wächterbedingung? Naja, ist ein Buhlsches Statement, unter dem diese Transition schaltet. Wenn wir jetzt also in unsere Trigger-Methode hier reingucken, Entschuldigung, wenn wir in unsere Trigger-Methode hier reingucken, dann sehen Sie, es ist die normale Trigger-Methode, wird ein Event übergeben, gibt ein Switch-Statement, Case A, das heißt, wir sind hier in dem A-Fall und jetzt wird überprüft, ist das Event Foo und trifft diese Bedingung zu. Das heißt, unsere Wächterbedingung ist nichts anderes, als eine verundete Bedingung, wenn Sie prüfen, welches Event wird gerade benutzt. Das ist, was Wächterbedingungen letztendlich nur sind. Das heißt, ein ganz kleines Stück Code, oben so ein kleines Integer-Ding, unten die Überprüfung, diese Verundung mit der Überprüfung auf das Event. So können Sie Wächterbedingungen implementieren. Was fehlt noch? Aktion. Hier beispielsweise die Aktion, das gleiche, gleiche Modell, bloß anstatt jetzt eine Wächterbedingung zu überprüfen, wollen wir diese Variable in dem Kontext, die A-Variable, inkrementieren. Und das können Sie ganz einfach tun, indem Sie hier an der gleichen Stelle, wo Sie sozusagen den Zustandswechsel machen, also wir reden über das hier, es wird überprüft, ist es denn, ist der Event Foo? Das heißt, darf ich weiterschalten, wenn das so ist? Die Aktion findet immer statt, wenn das schaltet. Ich habe jetzt nicht mehr diese Bedingung drin, man könnte jetzt auch wieder diese Wächterbedingungen prüfen. Dann mach folgendes, dieses Teil, das heißt, wechsel nicht nur dein Current State auf B, sondern vorher inkrementiere A, weil während ich quasi über die Transition gehe, bevor ich in B bin, soll sich A verändern. Das heißt, so machen Sie Aktionen, Sie schreiben sie einfach nur rein, an der Stelle, wo der Zustandswechsel stattfindet. Easy, oder? Super. Jetzt ist es so, es gibt auch Aktionen an Zuständen. Die UML mit den Zustandsmaschinen erlaubt uns, Aktionen an Zustände zu hängen. Sie sehen das mal hier oben. Wieder eine State Machine von A nach B über Foo. Aber jetzt habe ich plötzlich, sind diese States irgendwie erweitert worden. Es gibt auch zusätzliche Compartments. Da stehen Dinge drin, die heißen Exit, Entry und Reset. Und das ist sozusagen eine Ansage darüber, wann dieser Event stattfindet. Und zwar, nein, wann ist die Aktion, sorry, wann die Aktion stattfindet. Und zwar, Exit heißt, wenn du diesen Zustand verlässt, machst du das bitte. In dem Fall, dekrementiere A. Entry heißt, wenn du diesen Zustand betrittst, machst du das bitte. In diesem Beispiel, inkrementiere A. Und wenn das Event Reset eintrifft, das ist ein sogenanntes lokales Event, oder nee, ein internes Event, so heißt das, glaube ich, bei UML, dann setzt bitte A auf Null. So, wie kann man das machen? Kann ja auch nicht so schwer sein. es geht darum, da kommt ein Event, wenn ich in einem Zustand bin, aber das Event führt nicht zu einer Zustandsänderung. Also, wenn ich in A das Event Reset kriege, macht das jetzt erstmal nichts. Das geht nicht damit dann zu B. Okay. Gucken wir doch einfach mal hier in den Code. Das übliche, eine Trigger-Methode, ein Switch, Case A. Das heißt, wir sind im Zustand A. So, wenn jetzt Foo kommt, da, ich muss ein Switch an der Stelle machen, weil ich mehrere Events jetzt habe. Es kann Foo sein, oder es könnte auch Reset sein. Wenn es Foo ist, dann muss ich erstmal Exit von A aufrufen, der Exit Event. Das heißt, ich muss das kleine A dekrementieren. Dann muss ich den, das mache ich hier, A minus minus. Dann muss ich hier rüber gehen. Okay, das mache ich mit diesem Current State. Und dann muss ich A wieder inkrementieren. Das mache ich, weil hier eine Entry Action steht. Das mache ich hier. Okay, super. Das heißt, hier prinzipiell, hier prinzipiell steht, stehen die Exit und die Entry Actions. Und dann gibt es noch Reset an der Stelle. Und dann sage ich einfach nur, wenn ich, wir sind ja hier in dem Case A. Hier oben sehen Sie das. Case A. Das heißt, wir sind hier. Wenn da das Event Reset auftritt, Case Reset, dann setze einfach A auf 0 und mache nichts. Das heißt, ich weise einfach Current State nicht neu zu. Das erlaubt mir, ein internes Event abzufragen. Und dann haben Sie vielleicht schon gesehen, ich halte das für kein gutes Design. Und normalerweise frage ich Sie, warum? Das ist hier recht rhetorisch, weil ich keine Antwort höre. Warum ist vielleicht für Sie schon sichtbar? Die, dieses A-, minus, minus und A-, plus, plus. Das heißt, diese Entry und Exit Actions sind ja an jeder Transition, die von A wegführt. Also, wenn wir beispielsweise von A sollte noch zu C gegangen werden, dann muss ich auch an dieser Stelle, wo zu C gegangen wird, ebenfalls das Exit von A machen und das Entry von C. Das heißt, ich dupliziere jetzt Code. Wenn A, weiß ich nicht, zehn Outgoing Transitions hat, muss ich zehnmal A-, minus, minus irgendwo hinschreiben. Das ist okay, wenn diese Zustandsmaschine von einem Generator produziert wird. Und das kann ich Ihnen sagen, Statemate zum Beispiel oder Rational Rhapsody sind Tools, die kosten viel Geld. Die werfen Ihnen solchen Code raus, automatisiert, generiert. Da ist das dann okay. Dann ist halt zehnmal irgendwo A-, minus. Wenn Sie es aber händisch schreiben, ist die Chance, dass Sie so ein A-, minus, minus mal vergessen oder bei einer Änderung nicht mitnehmen, ist sehr groß. Das heißt, das wird unübersichtlich, das wird schlecht zu warten. Das ist prinzipiell nicht gut, so viel zu machen. Und tatsächlich, wenn man sich mal so von Rational Rhapsody so ein hinreichend komplexes State Machine anguckt, wie der Code aussieht, der da generiert wird, das ist krass. Also das sind einfach böse, verschachtelte Switches, super viel, redundante Anweisungen und so. Also dieses Muster mit den Switch Statements, das geht ganz gut, bis Sie anfangen, diese Exit-Entry-Actions zu benutzen und bis es zu komplex wird, zu viele Events und so. Da haben Sie immer mindestens zwei Switches, nämlich Sie haben einen Switch über den State mit einem geschachtelten Switch über den Event und so. Das wird alles sehr kompliziert. So, gibt es natürlich eine Lösung für und die Lösung heißt das State Pattern. Das ist jetzt Ihr erstes sogenanntes Entwurfsmuster. Das ist, also ein Muster, ein Entwurfsmuster ist prinzipiell eine allgemeingültige Lösung für ein wiederkehrendes Problem. Das schreibt Ihnen nicht direkt vor, wie Sie es machen, aber es gibt Ihnen sowas an die Hand, wie Sie das implementieren können, um das Problem zu lösen. Und die Lösung ist relativ naheliegend, und zwar der Zustand ist nicht mehr eine Enum, der Zustand ist eine Klasse. Dann können Sie nämlich an die Klasse in den Methoden die Entry- und Exit-Actions ranhängen und dann liegen die an der Klasse. Es spricht nur an einer Stelle im Code und Sie haben keinen redundanten Code mehr. Ja, dry. Don't repeat yourself. Sie erinnern sich. So, also das State Pattern. Wie sieht es denn aus? Mein Beispiel ist Mario. Mario, es gibt Mario und Super Mario. Mario ist ein Pilz, wird zu Super Mario. Was auch immer das über Mario aussagt. Sie sehen also hier so ein paar Klassen. Das ist ein Klassendiagramm. Sie sehen Mario. Das hier ist Mario. Mario hat vielleicht Wing Boots an, das ist jetzt erstmal egal. Und der hat eine Methode Jump. Die gibt es vielleicht zurück, wie hoch er springt. Und die hat ein Get Image, wo sein Sprite, sein Bild zurückgegeben wird. Und zwar soll es einmal das und einmal das sein. Je nachdem, ob er Mario oder Super Mario ist. Außerdem kennt Mario noch einen Zustand. Hups. Ein Zustand. Das heißt, der kennt ihn nicht nur, der besitzt ihn auch. Und Mario an sich ist der Kontext. Okay, also für diesen Zustand ist es der Kontext. Da liegen die Variablen drin, die ich vielleicht abfragen kann. Und der Zustand ist eine Klasse. Eine Klasse Mario State. Die hat prinzipiell diese Methoden. Jump und Get Image. Oder Entry und Exit oder so. Ja, also die Methoden, die man aufrufen will. Und von dieser Klasse erben jetzt die Zustände der Zustandmaschine. Wir machen jetzt nur zwei Zustände. Normal Mario und Super Mario. Diese beiden müssen wiederum die Methoden implementieren, die Mario State vorgibt. Mario State hat die auch, sehen Sie vielleicht es kursiv geschrieben, nur abstrakt definiert. Gibt es keine Implementierung. Schreibt vor, dass die beiden implementiert werden. Das heißt, in normal Mario wird vielleicht ein Integer von 10 zurückgegeben, weil er nur 10 hochspringt, Pixel oder was auch immer. Und ein kleines Bild von Mario zurückgegeben. Und bei der Klasse Super Mario, die oder dem Zustand Super Mario, springt er vielleicht 20 hoch und es wird ein großes Bild zurückgegeben. So, wie funktioniert das jetzt? Ganz einfach. Wenn hier auf Mario Jump aufgerufen wird. Das Spiel kennt nur ein Mario. Das ruft Jump auf. Dann passiert hier folgendes. Das ist ein sogenanntes Proxy-Muster oder Proxy-Pattern. Die Jump-Methode ruft einfach State Jump auf. Sprich, das Jump. Und das Jump, abhängig davon, ob der State jetzt Mario, also normaler Mario oder Super Mario ist, wird zum Beispiel entweder dis oder dis hier aufgerufen. Das heißt, das Objekt wechselt sein Verhalten, wenn der interne Zustand wechselt. Dabei wechselt auch die Klasse des Objekts. Ist irgendwie klar, weil einmal ist es Normal Mario und einmal Super Mario. Und so kann man dieses Problem, was ich gerade skizziert habe, tatsächlich lösen. Ich habe noch ein paar weiterführende Informationen für Sie. Literatur. Da gibt es das Drachenbuch über Compilerbau. Das sind alles relativ Compiler-Bau-nahe Themen hier. Von A.U.C.T. und Ullmann. Ja, ist ein Klassiker. Das Drachenbuch. Compilerbau gibt es Teil 1 und Teil 2. Teil 1 ist in dieser Stelle relevanter. Dann, das wird Ihnen noch mehrmals begegnen, das Gang of Four Book, so heißt es, Entwurfsmuster, Elemente wiederverwendbarer, objektorientierter Software von Gamma, Helm, Johnson & Flissides. Hier ist eine Version von 2010, gibt es auch von 96, glaube ich, in der ersten Auflage. Da sind, das ist die Sammlung von Entwurfsmustern, werden wir wie gesagt noch bei Softwarearchitektur drüber reden und ein ganzes Lexikon quasi zu dem Thema von Buschmann & All, Pattern-Oriented Software Architecture. Fünf Bände, vielleicht inzwischen mehr, weiß ich gar nicht. Da sind wirklich jede Menge Patterns drin. Ich rate Ihnen jetzt nicht, irgendwie sofort loszugehen und Bücher zu kaufen, obwohl, wenn Sie sich interessieren, der Compilerbau, den kriegt man relativ günstig und auch Entwurfsmuster ist eine Sache, die man tatsächlich im Schrank haben könnte oder auf der Festplatte. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, was wir uns heute angeguckt haben. Wir haben uns mit Generation von Code generell beschäftigt, haben uns jetzt angeguckt, was ist ein Generator, was kriegt der so, was kommt da raus und uns dann mit dem Einsatz von Schablonen beschäftigt. Das Beispiel war Java Server, Pages und HTML. Dann haben wir uns die Umsetzung von UML angeguckt und zwar Klassenrümpfe. Wie werden die, also mit Attributen, mit Methoden, Sichtbarkeit und so weiter, wie wird das umgesetzt? Und dann genauer, wie machen wir das bei Assoziationen? Wie gehen wir mit der Navigierbarkeit um? Man lässt das einfach auf der einen Seite weg. Wie gehen wir Multiplizitäten um? Muss ich Referenzen nehmen? Muss ich Pointer nehmen? Muss ich vielleicht eine eigene Datenstruktur nehmen? Und Komposition, was in C++ einfach heißt, es wird in dem Speicherbereich angelegt, ich nehme gar keine Pointer. Ich alloziere eher das Objekt direkt da. Anschließend haben wir uns gefragt, wie sieht denn das aus mit dem Setzen der Abhängigkeiten zur Laufzeit? Und da gab es mehrere Möglichkeiten. Entweder ein Objekt macht das selber ruft das New Intern auf quasi. Oder es wird über einen Konstruktor reingereicht. Dann ist es zumindest solide konstruiert und kann sofort loslegen, wenn der Konstruktor gelaufen ist. Aber wenn Sie eine zyklische Abhängigkeit haben, was eine normale Assoziation hat, also eine bilaterale Assoziation hat das einfach, dann müssen Sie Dependency Injection benutzen, also Zeta, um die jeweiligen Objekte zuzuweisen. Und dann haben Sie das Problem, dass Sie zwischendurch einen Zustand haben, in dem es inkonsistent ist. Anschließend haben wir uns mit der Umsetzung von Zustandsdiagrammen beschäftigt, von State Machines, mit dem einfachen Switchmuster. Und da kamen wir auf das Problem der Entry- und Exit-Actions. Und da bietet sich das State-Pattern an. Ich habe Ihnen jetzt nicht genau gezeigt, wie das umgesetzt wird, aber letztendlich können Sie State-Pattern direkt anwenden. Und Entry-Actions sind Konstruktor-Calls, Exit-Actions sind Destruktor-Calls und lokal oder internen Events sind einfach Methoden auf dem State-Objekt. Also die Idee ist da an der Stelle, den Zustand nicht über eine Enumeration zu kodieren, sondern über eine Klasse. So, damit entlasse ich Sie für heute und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.